Mein Name ist Steffen Stüter, wir sind hier in der Firma Geltmeier Maschinenbau in Schönrede. Ich habe meine Ausbildung hier zum Zerspannungsmechaniker Fachrichtung Drehtechnik gemacht. Ein Beruf befällt mir die abwechslungsgereiche Arbeit. Zum Beispiel Einstiche, Plan drehen. Wir machen auch jeden Tag unterschiedliche Arbeiten, weil es sehr vielseitig ist. Man macht nicht jeden Tag die selbe Arbeit, zwar an der selben Maschine, aber sehr unterschiedliche Aufgabenbereiche. Gelegentlich sehr anspruchsvolle Teile, mal auch einfache. Dies hier zum Beispiel ist eine Welle, ein Innengewinde und einen Konus drauf gedreht. Das sind sehr viele anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben. Ich bin Luca Wiese, ich habe 2014 meine Ausbildung bei Geltmeier Maschinenbau in Omenwehe angefangen. Ich stehe jetzt an einer Fünfachsmaschine, fertige unter anderem solche Teile. Mir gefällt an dem Beruf, dass man handwerklich was machen kann und gleichzeitig auch mit Computersteuerung die Maschinen bedienen kann und somit Metallteile fertigen kann. Mein Name ist Dennis Meier, ich bin hier als Meister in der Firma angestellt und kümmere mich unter anderem auch um die Ausbildung der Lehrlinge. Beide Berufe beinhalten eine Lehrzeit von dreieinhalb Jahren Lehre, wo man aber auch, wenn man sich gut anstellt und viel lernen, verkürzen kann auf drei Jahre. Und wenn du ihn erlernen möchtest, kannst du gerne bei uns bewerben.